Flüsse verseucht, dass man nicht mehr mehr drin schwimmen kann. Da durch vielen Völkern, eingeborenen Völkern die Lebensgrundlage entzogen wird. Dass Menschen, die wegen Nahrungsspekulationen unserer Marktwirtschaft hungern müssen, die nicht mehr trinken können, weil Nestle auf der ganzen Welt Quellen kauft. Und das sind eigentlich die, die für uns zahlen und von denen wir uns das Haupt verneigen sollten, voller Demut und Danken, dass sie, ich habe auch eins, unsere billigen iPhones produzieren, von H&M unsere billigen T-Shirts, dass die, die bei uns kein Geld haben, sich auch noch überhaupt was leisten können, die für nichts zum Arbeiten gehen, die umkippen, weil irgendwelche Chemikalien freigesetzt werden in den Firmen. Und das sind eigentlich die. Und es heißt ja immer genug für alle und empört euch. Und es empört mich, dass wir vergessen, dass genug für alle bedeutet 6 Milliarden Menschen. 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, von denen der Großteil hungert und nicht weiß, wo er seine nächste Jeans kaufen soll, sondern nicht weiß, wo er morgen oder heute Abend was zu essen herkriegt. Und ich finde, wir sollten uns alle mal dran erinnern. Oh, ja. Vielen Dank.